hier in diesem fall warum liest man das so weiß ich mir von euch wir haben hier zwei fatha danach kommt ein hamsa tulasel verbindungshamsa warum lesen wir das den wind einem kassler ich zeig das mal hier auf der tafel dann sehen die anderen das auch also da heißt es dann kommt dieses hemsa tulasel so das ist also der teil der heißt es der in diesem vers vorkommt und jetzt sehen die frage wie liest man das und warum liest man es so weil es ist schon eine unregelmäßigkeit diese art von verbindungen also diese teile diese zwei buchstaben müssen ja miteinander verbunden werden beim übergang so ok es will nicht egal wir machen wir das jetzt wir haben hier also ein roch bernier dann das ist ja ein verhalten wird also mit einer endung gelesen dann und danach haben wir hier das sogenannte haben zu lassen und wie wir wissen wird das ja übersprungen wenn wenn man das mit dem vorherigen wort verbindet dann wäre nicht richtig dann hätten wir das haben damit gelesen also im grunde genommen muss du folgendes machen du denkst dir dieses haben sei jetzt weg weil das wird ja nicht gelesen das machen wir es mal rot und streichen wir es durch das hat nur im schriftbild existenz in der lesung wird es weggelassen so dann haben wir jetzt ein bar mit zu kuhn oder dann ihr seht das kann man so gar nicht lesen man kann das nicht verbinden das zu kuhn hier ein zukünierter buchstabe braucht immer eine ein vokal zur überbrückung damit man das verbinden kann und deswegen machen wir folgendes jetzt beziehungsweise lassen wir noch einen schritt weiter gehen ein das tenwin ist ja ein zuküniertes nun ein tenwin ist immer ein zuküniertes nun diese nunation die doppelvokalisierung ist ein zuküniertes nun das heißt im grunde genommen lesen wir so dann so so lesen wir dann haben wir jetzt dieses zukünierte bar so ihr seht hier folgen 22 sekunden aufeinander wir können die nicht miteinander verbinden deswegen holen wir uns ein kasra hinzu zur überbrückung wir machen da ein kasra hin um das ganze zu überbrücken und dann lautet es war man ja tannebe da da woher